Schneemann am liebsten Weser, der so schön tanzt und so witzig beim Tanzen singt. Sag mal Charlotte, warum magst du denn den Schneemann am liebsten? Weil der so schön tanzt und so witzig beim Tanzen singt. Und so witzig auch ist. Der kann tanzen und singen? Ja. Wollen wir das gleich mal zusammen angucken? Ja. Und jetzt mache ich den Kumpel. Und jetzt mache ich den Kumpel. Spalala, können wir sehen an! Und jetzt mache ich den Kumpel. 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 Und jetzt mache ich den Kumpel.